Unser Dasein entspringt nicht aus dem Nichts. Es ist das Ende einer Kette von Generationen, welche über die Jahrhunderte die politischen, sozialen und kulturellen Umstände gestalteten, in welche wir hineingeboren sind. In über 1000 Jahren deutscher Geschichte haben sich unsere Vorfahren durch Kriege, Seuchen, Elend und Hunger gekämpft. Jede Generation hatte dabei das Leitbild, dass es ihren Kindern und Kindeskindern einmal besser gehen sollte als ihr selbst. Nur deshalb zogen sie in der größten Not ihre Kinder auf, bildeten sie, starben für sie. Ob 955 auf dem Lechfeld, 1241 bei Lignitz oder 1916 bei Verdun, ob während des schwarzen Todes oder dem Steckrübenwinter, stets galt dieser eine Satz. Wir starben, damit ihr leben könnt. Niemals hat sich ein Individuum oder eine Generation als isoliert von der Weltgeschichte angesehen. Stets sah man sich in einem Kontinuum aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und stets sah man sich verpflichtet, das Erbe der Vorfahren zu bewahren und für die Nachkommen mit eigenen Leistungen anzureichern. Nur deshalb wurden in generationenlanger Arbeit Dome und Wahrzeichen erbaut, wurde Wissen angehäuft und für die Nachwelt festgehalten. Man wollte, dass die Nachwelt dieses Erbe erhalten, pflegen und erneuern würde. Wie man selbst das Erbe seiner Vorfahren gepflegt und erneuert hatte. Auch unsere höchsten und letzten irdischen Ideale sind wandelbar, schrieb Max Weber. Wir können sie der Zukunft nicht aufzwingen wollen, aber wir können wollen, dass sie in unserer Art, die Art ihrer eigenen Ahnen erkennt. Und vermöchten wir nach Jahrtausenden, dem Grabe zu entsteigen, so wären es die fernen Spuren unseres eigenen Wissens, nachdem wir im Antlitz des Zukunftsgeschlechts forschen würden. Würde Max Weber und seine Generation noch nicht einmal 100 Jahre nach seinem Tode dem Grab entsteigen, würden sie in der heutigen Gesellschaft ihr Antlitz wiedererkennen? Würden jene zigtausend Deutsche, die sich 1241 der Übermacht der Mongolen im Angesicht des sicheren Todes entgegengestellt haben, um ihre Heimat für die Nachwelt zu erhalten, heute dem Grabe entsteigen, würden sie dann sagen, ja, für euch hat es sich gelohnt, für euch sind wir gestorben. Ihr habt diese Jahrtausende alten Bande zerrissen. Ihr habt das Erbe eurer Vorfahren auf den Müll geworfen und es der grenzenlosen Beliebigkeit preisgegeben. Sie sind gestorben, damit ihr leben könnt. Ihr lebt. Doch ihr fühlt euch weder euren Vorfahren noch euren Nachkommen gegenüber verpflichtet. Euren Nachkommen hinterlasst ihr ein kulturelles Trümmerfeld. Ihr habt es also vollbracht, innerhalb einer Generation die Kultur eines Jahrtausende alten Volkes absterben zu lassen. Das stört euch nicht im Geringsten. Denn Begriffe wie Volk, Kultur, Erbe sind euch gänzlich fremd. Nun gut, so lebt euer sinnloses Leben. Lasst eure Kultur verfaulen, verhöhnt eure Vorfahren. Doch egal, was euch irgendwelche Kampagnen einreden wollen, ihr seid nicht Deutschland. Wir sind 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 Deutschland. Vielen Dank.